Die Kliniken Dr. Erler sind ein modernes orthopädisch-chirurgisches Fachkrankenhaus im Herzen von Nürnberg. Es besteht aus den Kliniken für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Hand-, Plastisch-, Rekonstruktive- und Mikrochirurgie, Orthopädie mit Endoprothetikzentrum, Unfallchirurgie, Wirbelsäulentherapie sowie der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Unsere Notfallambulanz ist 24 Stunden am Tag für Sie da, an allen 365 Tagen im Jahr. Falls also etwas passiert, in der Freizeit oder am Arbeitsplatz, bei uns sind Sie rund um die Uhr bestens versorgt. Außer bei Notfällen ist die ZAB, die zentrale Aufnahme und Behandlung im Foyer, die erste Anlaufstelle. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter und die Seelsorger unterstützen die Patienten und sind gerne für Sie da. Röntgen und Labor sind wichtige Bausteine für die Diagnostik und Therapie. Sie zählen zu den Funktionsbereichen. Betreut werden die Patienten von über 260 kompetenten und engagierten Pflegekräften. Pro Jahr nehmen wir rund 10.000 Patienten stationär auf. Über 45.000 weitere Menschen behandeln wir ambulant. Insgesamt 250 Betten in komfortablen Zimmern, hier ein Komfortzimmer, stehen zur Verfügung. Auch die Verpflegung ist hochwertig. Größten Wert legen wir auf Frische und Qualität. Deshalb kocht unser engagiertes Küchenteam jeden Tag selbst. Seit 1963 sind die Kliniken Dr. Erler am Konto Marzgarten eine wichtige Größe des Gesundheitsstandortes Nürnberg. Unsere Operationssäle sind nach höchsten Standards gestaltet. Schutz vor Infektionen bietet unser systematisches Hygienemanagement. Auf der Intensivstation betreuen wir Patienten aus allen Fachabteilungen. Physikalische Therapie und Physiotherapie fördern den Heilungsprozess. Stets gilt, die enge Kooperation der einzelnen Bereiche garantiert eine umfassende Therapie auf hohem Niveau. Der Sozialdienst rundet die Versorgung ab und kümmert sich außerdem um die Zeit nach der Entlassung. Das Reha-Zentrum am Konto Marzgarten ergänzt unser Angebot und ist direkt an die Kliniken Dr. Erler angebunden. Unser Krankenhaus genießt einen exzellenten Ruf weit über die Grenzen Nürnbergs hinaus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017